Man geht zum Arzt und zwei Tage später sagt man, wow, das Leben hat sich völlig neu aufgestellt. Als du mich gefragt hast, ob ich den Film machen möchte, ob ich dich dokumentarisch begleiten möchte, habe ich erst mal geschluckt und gedacht, ich kann meinen Vater nicht dabei begleiten, wie er vielleicht stirbt. Also da dachte ich erst mal, ich kann das nicht machen. Das war bisher alles ganz easy. Ich bin zur Strahlentherapie, lese dich hin, aber hier gehst du hin, und dann weiß ich nichts mehr. Und das ist wirklich wie ins Flugzeug steigen. Aber wenn du Schiss davor hast, dass es abstürzen könnte, kannst du entweder nur den Flug absagen oder fließt mit. Ich habe Krebs! Ich bin zu, ich möchte nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Wie läuft ihr? Neue 100. Lieber. Du hast einen großen. Du hast einen großen. Ich mach mich bei der Rade für den Lärmum. Ich bin nicht aufgeregt, ist es passiert. Ich bin nicht dabei, der Rade für den Lärmum und ich bin. Ich habe dir, ich weiß. Ich bin votre Finger, daßt!